Die Salzburg AG hat schnelles Internet und Kabel-TV. Dass das auch so bleibt, dafür ist Georg zuständig, unser Lehrling und wie es ihm dabei geht, schauen wir uns jetzt an. Moin Georg. Wie geht's dir? Mir geht's super. Was machst du denn da? Ich schaue gerade, ob die Signalqualität am Fernseher passt, dass der Fernseher optimal laufen kann. Und wie heißt dein Lehrbüro? Elektronik, Kommunikationselektronik. Wie schaut denn so deine Arbeit seit Tag aus? Ja, wir sind viel bei den Kunden unterwegs und in letzter Zeit bauen wir jetzt voll die Netze aus, dass wir ein gutes Internet haben und da sind wir natürlich wieder in unserem Beruf am vordersten Front dabei und werken voll mit, dass das Internet immer schneller wird. Wie geht's dir da mit den Arbeitskollegen? Ja, die Arbeitskollegen sind voll nett, mit denen verstehen wir auch voll gut und kann mir eigentlich nichts sagen gegen. Zwischendurch habt ihr auch eine Lehrwerkstätte gehört? Ja, wir haben eine neue Lehrwerkstätte bekommen, die ist voll schön, haben sie ein wenig umgebaut und da bereitet uns unser Lehrlingsausbildner optimal für die Berufsschule vor. Und wenn wir in der Schule gut sind, dann kriegen wir natürlich auch eine Prämie dafür. Du, ich will dich gar nicht weiter stören. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke dir. Danke. Ciao. Für dich. Für dich. Bis zum nächsten Mal.